Als Maria übers Gebirge ging, die Baselisabeth sie empfing. Was will Gott mir für Gnade geben, dass zu mir kommt, die Mutter des Herrn. Und Maria, die Jungfrau, also sagt, wohl bin ich des Herrn, wenn niedrig gemacht. Doch hat er mich vor allen erkommt, aus mir wird der Heiland geboren. Seelig preis dich vom Mond an Himmel und Erd, weil's ein Erbarmen ewig wird. Die niedrigen Häpter empor, doch den Storzen verschließt er sein Ohr. Was dem Abraham seine Verheißung war, wird im Stalle zu Bethlehem offenbar. Wenn die Zeit der Erwartung erfüllt, wird das Himmel der Vetter gestimmt.